Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Wir spielen im Präsidentenflugzeug und suchen eine Geiselung mit wir. Da meine ich natürlich mich, den Jan und Petru. Jawohl. So, ähm, Geisel-Flugzeug. Ich bin unentschlossen. Thatcher hat mir so oft gute Dienste geleistet, aber auch schlechte. Und du hockst dich draußen hin, oder was? Ganz genau. Wird direkt durch die Scheibe schießen. Auch wenn die im Frachtraum sind? Ja. Egal, wo die sind. Niemand entkommt. Oh, lol. Ja, ich bin genau am anderen Ende. Frachtrauben. Frachtrauben. Keine Fenster. Aha, ey. Bereust du deine Wahl? Aber eigentlich muss ich jetzt trotzdem von draußen glatzen. Ja, wen? Ja, aber ich muss dazu stehen, dass ich gesagt habe, ich hole dich auch von draußen, wenn die im Frachtraum sind. Geisel entdeckt. Ich kann die Fans jetzt nicht hängen lassen. Ich sag mal so, wenn du einen Glücksstreffer landest, dann wahrscheinlich die Geisel, oder so. Wo willst denn du lang? So gesagt, ich glatze von draußen. Kein Spaß, ich gehe über den Flügel rein. Aber das ist doch zu hoch. Ich muss ja auch nicht direkt da rauskommen. Doch, es ist immer gut, direkt da zu sein, wo wo, wo da ist. Ich bin direkt hinter dir. Wenn du schierbst, kann ich deinen Kopf nicht geben. Munition ist leer. Weil die Munition hier ist. Nein. Ach so. Pass auf. Nein, die Schweine. Ah, ne, doch nicht. Hier ist schwer, jemanden zu sehen, aber es ist möglich. Wenn die Holzspritter nicht wären. Was zum... Der war doch schon verletzt. Das wurde mir doch so angezeigt. Nein, 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 nein. Ich fühle mich wieder mal betrogen. King Louis. Da liefert er. Hinter dir. Diese scheiß Ball. Ja. Ja, echt mal. Wer hat sich diesen Blödsinn ausgedacht? Willst du da wirklich runtergehen? Ja. Du bist der vorletzte Man. Ich bin Lieutenant Lays. Boah, stirb nicht. Töte nicht die Geisel. Wenn du mich zackt. Wow. Du hast getroffen. Du Opfer. Oh, ne, ne. Petrik. Was ne Opfer, ey. Oh, man. Ey, aber ich verstehe das nicht. Ich weiß. Der war verletzt. Der lag am Boden. Und dann hat er mich getötet. Und in der Wiederholung sahst du aus, als wäre das alles nicht geschehen. Außer das Töten. So ein Schmunzel. Nein. Nein. Zum Glück wird dein Mikro wieder leiser. Du bist so ein Affi, ne? Das hab ich auch nicht gehört. Ja, ja. Guck mal. Wer liegt denn da? Ich weiß nicht, was du meinst. Mach. Nein. Geh doch näher ran. Nein, der schafft das. Das ist Lieutenant Blitz. Er wird sich nie wieder bewegen. Nein. Bester Taktiker der Siege-Welt. Was? Was? 15 Sekunden übrig. Also. End der verbleibende Gegner. 10 Sekunden. Uh. Mudig. Oh, wenn der da... Schieß. Schieß. Ja. Gegner eliminiert. Eigener Druck erfolgreich. Nice. Alter. Unglaublich. Ich bin dankbar. Und du? Ich hab noch nie so'n Player gesehen. So. Was tun? Ach komm. Bärenfalle wird jetzt funktionieren. Und Shotgun. Und jetzt seh ich uns schon draußen vorm Flugzeug spawnen oder so. Vollkommen neu. Wir sind jetzt auf dem freien Feld. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Ich hab schon nach ihm ge util. Ich hab schon nachgemacht gemacht. Gut. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 duu. Zugangssperre scharf gemacht. Abschneiden. Gibt's hier gar keine Dachlupen? Wenig blind. die position der geisel ist bedroht weit machen es bleiben noch zehn sekunden schon lange nicht mehr gemacht habe nein den offensiven ball gespielt nein 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 oh gott nein hast du also ach was lass mich doch mal bären fallen legen wäre besser wenn ich sage ich spiele den offensiven tuchel ball jetzt geht es aber dann zufrieden ich habe es gar nicht die chance gehabt geisel aus dem weg ich habe eine nachricht gefunden was denn doch nicht plant halten die bärenfalle was was passiert da ich setze den sensor ein ich setze den herzschlag sensor ein was geht nicht ab auch kein quatsch jetzt möchte ich aber ungern hier sterben du schaffst das ich nehme jetzt lieutenant glace Ich habe keine Ahnung. Komm, jetzt gutes Spiel. Okay. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Bitte nicht wieder Lagerraum. Oh. Na, da hast du ja Glück. Alle, hopp. Hm. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Geisel gesichtet. Angst. Angst. Und was machst du jetzt? Ich verlege noch. Sprengladung wird angesetzt. Zwei-Bret-Präsidenten-Büro. Wie sieht das bei dir aus? Ich bin doch ratlos. Wille? Ich hab kein Wort verstanden. Sag doch mal was. Hopfer. Gleich geht das Licht aus. Juhu. Wir aktivieren die Elektronik. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswahl. Wir spannen mal los. Ich hab die Schulplatten. Ja. Der war schon ganz gut, oder? Ja. Fuuuuck. Jetzt. Sag nicht, du bist tot. Oh Mann, nee. Die Sprengladung... Ich sprenge eine Ladung. Ach komm. Der war schon nicht. eigener trug getötet warst du eigentlich draußen nein ich habe mich nur gefragt wie du sterben konntest ich dachte du wärst am sniper ach so musst du mir doch sagen dann wäre ich doch mitgekommen na was nimmst du nimmst du ruki nimmst du nicht ruki bin unentschlossen 8 7 6 tu was ok nehme ich halt ruk nein jawohl ich bin der tanker ich bin ja ich hier nicht machen ein verstärkungen abgeschlossen es bleibt zehn sekunden fünf sekunden die gegner hat sichtkontakt zur geisel was ist los ich weiß noch nicht ob ich das gut finde wenn wir mit dem mg auf was geht was ist hier los weiß auch nicht ich habe angst was ist hier was ist hier was ist hier was ist hier 2 minuten 20 die gehen schnell was war das ist hier jemand ja gut ein killer b im gang kann ich nicht die spannung ist kaum zu ertragen die letzten trottel angestellt ja noch genügend zeit um sich wieder zu blamieren ich weiß nicht wie ich nehmen soll ihr müsst die geisel finden geisel finden in drei zwei eins ich höre schon gut im frachtraum ist wohl nichts aber ich weiß ja bestätigt die geisel wurde also vorne drin sind direkt heimsen die drohne ist aktiv fahren jetzt alle mit der drohne rein ja gute taktik ok wie geil ich bin durch sein guckloch gesprungen ok Sprengbereich räumen. Sprengbereich. Sprengbereich. Spezielle Ladung. Sprengbereich. Sprengbereich. Was zum... Ja, wow. Ja, wow. Na, bist du am killen? Ja. Chris Docks. Ist gut. Geh mal, geh mal genau an die Wand. Lieber nicht. Voller da einfach durch. Doch. Ja, nicht in die Ecke. Da, wo Chris... Chris steht. Ach so, ist verstärken scheiße. Du passt auch nicht auf. Der verbleibender Gegner. Tut mir leid. Dann renn einfach rein, da ist keiner mehr. Glaub mir ruhig. Niemals. Nitro Handy. Pass auf. Direkt im Türrahmen, hast gesehen. Mach doch kaputt. So, es ist hier. Nitro, Mann. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Schau, genau rein. Nein. Oh. Geh mal neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Mein Herz. Was? Da war gar keiner. Ich hab vorhin erstmal auf die Geisel geschossen. Gab mir verdächtig vor. Boah. Alter, Alter, ey. Ja, witziges Spiel. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.